Ich will doch eigentlich über Freikereine sein. Ist das denn zu FIFA-Land? Max, bleib mal was. Also, ich hab gesagt, heute war mein lieber Hörnerlein immer gerne Papa zu-schocken. Wir machen mal ein Brunch hier. Guck mal, jetzt ist der, wo einer rauskriegt ist. Das ist mein Spaukenein. Gib mir das mal her. Ohne Ablaubsaugung, also muss gut sein. Hab ich voll Gummeln gekriegt. Doch, natürlich kann man es essen. Einmal aufschlagen, dann fahre ich mich fertig. Genau. Okay, dann geht man die Küche, dann geht es schon. Nein? So. Ja. 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 Da ist ein bisschen. Es ist nicht zu wenig Reise. Nein. Vielen Dank.